so und weiter geht's mit part nummer drei war mich durch die musik ist hier ein kleines bisschen zu laut ja irgendwie hat es mir den spielstand nicht richtig gespeichert hier und was muss ich denn hier machen und ja ich muss hier die letzten fünf meter wie noch mal machen warum auch immer okay das ging einfach ja ich muss die letzten jetzt ein paar dinger hier neu machen warum hatten ich wurde gelacht und hier gelacht und wozu sind diese dinger da dann hängen geblieben so als er das eigentlich gedacht gehabt ist diese spielstand jedoch nicht oder beinahe vorbeigeflogen ganz knappes ding okay okay muss ich erstmal gucken wie komm ich was haben wir hier drüben drauf kommen jetzt wird es aber gefährlich noch einmal einen krieger machen wie warum habe ich denn mich noch beim runterfallen in die zähne noch gehauen das muss mit hier rüber ich habe auf uns schon mal zwei kisten gebraucht das muss die bestimmte mitnehmen ich bin ich jetzt hier so gemacht hat und schwinglich mädel ja das muss man aber das ist ja das ist ja furchtbar so besser wenn er truhe eine energie viele oder andere warte ich kann ich so schwer sein darüber zu springen das machen wir ganz friedlich so nachdem hier wieder zufrieden ist ist schon genau So, nochmal neu, das Ganze hier auch. Bumm. Jawoll. Also die Skeletten nerven mich hier auch. Äh, oh. Oh, Gott. Nein! Verdammt. Weißt du das? Ja, das ist ich nicht. Hallo! Ähm, shit. Jetzt muss ich das natürlich dann neu machen. Äh, komm ich da mal rum? Ah! Komm! Na! Hallo, ich mach das jetzt. Die muss weg! Genau. Jawoll. So. Was haben wir denn hier? Fein, jetzt außer Halazin, da gehen wir jetzt, äh, ein Maja schreien. Das Grab des Hüters. Na gut, das, äh, lassen wir mal entfrieden hier. Und dann geht's natürlich weiter. Duach und Friedhoff. Da schlüsselte, tauchten Legenden von Artefakten auf. Es waren einmal drei Hüter, die jeder ein... Drei Hüter. Mhm. Die hatten alle, äh, einen Hut auf. Und unser körperliches Dasein ist das einfache Abbiegen unserer See. Ich bekomme von diesen ganzen Kämpfen Hunger. Hunger. Hunger hab ich auch. Es ist mittlerweile um sieben früh. Ich bin heute irgendwie fünf Uhr dreißig aufgewacht und, äh, war mehr oder weniger wach. Na! Und, komm, Arena noch. Jawoll. Ja, da kommt noch Arena. Mensch. Das fand ich im zweiten Teil besser. Das ganze Kämpfen hier. Das ist ein bisschen... Nice. Ich will es nicht nervig nennen, aber, äh... Ich würde es mal unnötig nennen. Ups. So. Da muss ich doch bestimmt... Mhm. Okay. Einen kleinen Turm bauen. So. Machen wir erst mal hier hoch. Jetzt höre ich doch schon wieder Unheil nahen. Ist hier noch oben irgendwas? Nee. Hallo. Okay. Was macht der? Ah. Das war knapp. Jawoll, stellt euch an. Ups. Okay. Die noch her. Na. Dammit, den erwische ich nicht wieder. Da müssen wir runtergehen. Ups. Leben. So. Bestraft ihn das Leben. Äh. Hier mal eine Kiste gegen. Und halt. Hier unten habe ich noch was gesehen. Hallo. Bödi. Wir rufen. Das haben wir schon aktiviert. So. Okay. Hier ist noch was. Dann hat man. Ach shit. Hoch da. Höp. Äh. Okay. Wie komme ich da hin? In der Seite dann, oder? Huuu. Ah, in den Fuß. Da ging doch in den Fuß. Hops. Na? Oh, dammit. So. Moment. Da, meine Kiste hier hin. Und, äh. Komm ich da hoch? Jawoll. Trudor springt mal hier hin. Dann sammeln wir noch den mit ein. Okay. Und dann, äh. Schickt mal den ganzen Kern mal rüber. Jawoll. Und dann geht es wieder in eine Kiste. Gucken wir, was diesmal drin ist. Beinschützer gefunden. Minder den Schaden von Beinwunden. Ah, okay. Das ist sowas. Na komm. Na, sag mal. Let's her. Okay. Äh, ja. Nein! Oh, shit. Boah, erstmal Level up. Schön, dass die gerade gestorben ist. So, der Punkt verschießt nun zwei Pfeile gleichzeitig. Okay. Was ist das hier? Äh, Kosten 3er. Kosten 3er. Kosten 2. Und der hat noch einen. Okay, also da können wir jetzt noch nichts machen. Jetzt muss man erst mal gucken, dass wir hier überleben. Oh! Das war knapp. Puh. Sorry, Triller. Das wollte ich gar nicht. Oh, da hat ein Schild! Ich musste dem erst abschießen. Krass. Das wird so langsam richtig schwierig hier. Mehr oder weniger. Wow. Dammit! MG auspacken! So, goody. Ehrlich? Oh. Der hat gesessen. So, jetzt mal gucken, was wir gekriegt haben. Was haben wir denn hier gekriegt? Ach! Planker! Ruf das Level! Zwei Planken gleichzeitig. Mal gleich mal ausprobieren. Oh, toll! Boah! Hat uns rumgeschubst. Ich wollte eigentlich in der Flange langziehen. Kann man einfach hochlaufen. äh, na, na, na. Ne. So geht das. Jawohl, ja. Spider-Punkt. Spider-Punkt. Alles da. Äh, mach mir noch einen Cut. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!